Okay, das heißt, ich bin jetzt schon schlecht drauf. Okay, warte, ich überrasche dich jetzt. Ja. Dein Geburtstag ist jetzt. Okay. Hey, Schatz, alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Ich habe dir was ganz Schönes organisiert. Oh, echt? Und zwar habe ich dir hier dieses Priel-Kraftgel organisiert. Findest du schön? Ich habe das extra für dich so gravieren lassen. Hier mit unserem K plus D habe ich hier geschrieben. Was ist? Weißt du, weil du dich freust? Mann, du weißt doch, dass ich nicht den blauen Priel mag. Wir können es umtauschen. Wir können es umtauschen, Bro. Ich habe es dir schon so oft gesagt. Aber schau mal, das ist doch richtig schön hier. Nein. Wie? Ich mag das Blaue nicht. Komm mal her. Geh weg. Immer. Immer das Gleiche mit dir. Warum denn? Das ist doch schön. Du hörst mir nicht zu. Ich habe es schon tauschen Mal. Ich mache den blauen Priel nicht. Das ist too real, Alter. Warum? Lass jetzt ganz ehrlich. Ich gehe zu meiner Freundin. Wollte der Jaxi noch mal. Ah, ja, auch nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Du hinstet, Mann. Ja, ich darf dasoler. Ah, ja. Aber, dass ich geht.